was geht youtube lots von wieder zurück aus der welt von tanki online und heute eine ganz besondere folge und zwar werden wir nicht spielen sondern wir werden nur container öffnen und zwar hole ich mir ich habe extra für meine community für die zuschauer habe ich hier diese punkte aufgeladen für echt geld genau zu sein fuhr hingelegt und ja und zwar ist nur noch zwei stunden das angebot hier 50 prozent billiger ich krieg gerade hier kostenlos kristalle dankeschön und ja 25 container machen wir auf 350.000 kristalle das werde ich mir jetzt kaufen 5600 das kosten dann haben wir noch 500 übrig so jetzt habe ich 1500 doppelschaden reparatur kisten ihr seht ja was ich hier bekommen habe 350.000 kristalle das seht ihr jetzt nicht ich will einmal ganz kurz euch das mal so zack einmal runter mit der kamera vielleicht ist es auch besser wenn ihr da oben das ein bisschen seht was denn da überhaupt sache ist so gekauft ist es und jetzt würde ich sagen gehen wir an die container 25 stück das kann alles drin sein ich schätze dass wir viele nieten ziehen werden aber es geht mir um das unterhaltung und für die leute die gerne mal pain wollen und sich denken eh lohnt sich das überhaupt diese container zu öffnen was ist da überhaupt drin nach 25 container nach 50 euro ausgeben lohnt sich das überhaupt lohnt sich das nicht und so weiter und so fort deswegen wir machen einfach zack öffnen und wir machen einzeln wir machen jetzt nicht 15 auf einmal sondern einzeln und gucken mal was wir pro kiste bekommen wir haben 3500 in der allerersten kiste bekommt die zweite kiste ich bin ein bisschen 100 von gemien ja also kristalle nehme ich gerne alles andere ist eigentlich schwachsinn genauso wie diese reparatur kisten und so weiter ist zwar geil aber ich habe so viel oha 100 stück jeder versorgung das ist natürlich geil das checkpott noch eine zack zack fünf gold boxen kann ich abrufen finde ich auch nicht schlecht so noch mal weiter geht ich hoffe übrigens dass in game laut genug ist wenn ich dann nicht dann lege ich musik drauf oder so keine ahnung 10.000 kristalle auch nicht schlecht vielleicht tue ich jetzt ganz kurz noch mal obwohl ich lass die kamera so klassik kamera so so nächste kiste öffnen wieder 10.000 kristalle let's go das sehe ich gerne 3500 ja nicht so gut so 125 reparatur kisten ja jetzt haben wir noch 14 weil 15 geht nicht mehr okay doppel ich mache einmal fünf ich will mal gucken was da passiert mal fünf okay doppel schutz öffnet er jetzt alleine ja doppel schaden bekommen 10.000 kristalle nice 100.000 natürlich besser 25.000 kristalle farbe elektra habe ich leider schon ich weiß nicht was passiert mit dem doppel drücken wann ist jetzt 5 1 2 3 4 5 ja alter schwede wir könnten das noch mal machen naja komm wir machen lieber spannend lieber einzeln lieber einzeln oh was haben wir hier eine neue tarnung farbe sonnenuntergang bringt das natürlich alles persönlich nichts was uns wirklich was bringt sind die kristalle und das ist auch schon wieder mal gucken doppelschatz okay wir haben mittlerweile so viel schutz oh wieder was geiles kommt farbe kungur eishöhle digga was ist das denn gucken wir uns natürlich alles gleich an ich glaube ich habe noch zwei kisten 3500 kristalle letzte kiste glaube ich 3500 kristalle nee jetzt ist noch eine kommt oder ist da noch eine ne ne noch mal 3.000 noch eine digga wie viel haben wir denn doppel schaden jetzt aber rum alter schwede wir haben 400 was sagt es 445.000 814 kristalle hast schon eine ordentliche hausnummer ich hätte natürlich gerne die millionen kristalle mal gehabt aber die chance ist hier oben die tiger fell und die eishöhle finde ich persönlich also tiger finde ich ein bisschen lahm muss ich sagen also sonnenuntergang ist jetzt nicht so meins die eishöhle aber finde ich relativ geil ja die gefällt mir so dann will ich einmal gucken wie viel doppelschaden versorgen wir haben 3000 3000 4000 2800 nicht schlecht meine freunde so wir könnten jetzt rein theoretisch sogar die verbesserung von dem ding hier das kostet 78.000 beschleunigen zack unser rico chat ist maxima bei maxima maximal wir haben jetzt unseren weg auf 100 prozent m2 10 den kann ich nicht weiter verbessern er ist auf maximum jetzt brauche ich einen höheren rang und zwar marschle mal gucken was wir noch mit den restlichen kristallen machen ich weiß es nicht man kann sich ja auch im shop ich kann mir auch eine bessere throne rein theoretisch holen oder sogar eine bessere waffe hier hinten gibt es ja diese ganzen waffen ich weiß noch nicht was ich damit mache aber man kann sich ja auch im shop mit kristalle so viel ich weiß ich will jetzt nichts falsches sagen kann man sich mit kristalle was kaufen wenn wo war das doch oder sterne ne nur noch mit diesem diesem geld hier wir haben tatsächlich noch 539 und da ich denke dass ich das sowieso nicht verbrauchen werde kaufen wir uns doch mal drei boxen schließlich ist das ein container opening video und mehr passiert ja nichts deswegen kaufen wir drei boxen öffnen diese drei noch mal und vielleicht kriegen wir ja noch mal was richtig geiles so ob sich die funktionsorientiert haben ich würde sagen nein also nein also eigentlich ist peng nie gut und lohnt sich eigentlich nie aber du hast echt so viele kristalle bekommen dann kannst du echt das ein oder andere ding mit anfangen also das war schon ganz gut aber es hätte ja auch anders laufen können und dass ich nur diese 3500 kristalle bekommen hätte aber ansonsten muss ich sagen nicht schlecht wieder 3500 kristalle ja also wir sind jetzt bei 374.000 es ist nicht schlecht aber ob sich das wirklich rentiert so viel geld auszugeben ich würde sagen nein das ist auch ein einmaliges ding was ich hier gemacht habe vielleicht sieht das auch irgendjemand größeres die firma zum beispiel von tanki online und denken sich jo wir spendieren dir mal für das video 50 euro noch mal um noch mal 50 container zu öffnen oder so gefühlt ja gut das war's von dem video ich wollte einfach nur mal zeigen container wie wo was weshalb warum wieso was da drin ist ob sich das lohnt oder nicht ihr könnt jetzt selber entscheiden lohnt sich das für euch oder nicht könnt ihr ja alles selber entscheiden aber weil es gibt viele leute die wahrscheinlich nicht diese 40 50 euro haben für kristalle für diese coins und mit diesem video habe ich euch das jetzt gezeigt was da so drin sein kann was sich da lohnt oder was nicht natürlich kann man glück haben ich hatte vielleicht nicht so viel glück und vielleicht aber auch doch man weiß es nicht ich würde sagen das war's schon von dem video vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs einschalten wieder schauen und reingehauen bis zum nächsten Mal